Aus Jena hat sich unser nächster Redner auf den Weg gemacht. Vorstellen muss man ihn nicht mehr, unseren Bundeswillen. Wilm Schumacher, Generalsekretär der Paratenpartei Deutschland. Danke. Guten Morgen, denke ich, kann man noch sagen. Ich wurde zwar schon vorgestellt, aber wie ihr dann ja mitgekriegt habt. Mein Name ist Wilm Schumacher und ich komme aus dem fernen, fernen Thüringen. Und zuerst möchte ich mich natürlich für die Einladung bedanken, der ich sehr gerne gefolgt bin. Obwohl die Überquerung des Rennsteigs für mich schon immer ein gewisses Erlebnis ist, habe ich es doch in Kauf genommen für den politischen Aschermittwoch. Denn ich fand dieses Event, das Konzept des politischen Aschermittwochs, egal von welcher Partei, immer sehr schön. Aus drei Gründen fand ich es immer schön. Zum Ersten natürlich, weil es die politische Landschaft in Deutschland deutlich belebt. Zum Zweiten, weil dieser Art des Diskurses meinem naturell etwas mehr entgegenkommt. Und zum Dritten, weil es ein Ereignis ist, wo es sozial akzeptiert ist, vor zwölf Uhr Bier zu trinken. Und vor allem möchte ich natürlich jetzt keinen Streit suchen, um mit den Ureinwohnern hier über bayerisches Bier zu diskutieren. Das, denke ich, werden wir in Einzelgesprächen klären, was da vielleicht besser ist. Nun, aber zum eigentlichen Thema. Mein Thema heute ist auf den ersten Blick möglicherweise etwas ungewöhnlich, zumindest für dieses Event. Ich hoffe aber, dass sich im Laufe meines Beitrags meine Themenwahl erklären wird. Ich werde heute über die Deutsche Bahn reden. Die Deutsche Bahn gehört ja zu den Objekten, über die man immer gerne pöbelt, so wie Microsoft oder den Bundesvorstand der Piratenpartei. Aber ich denke, viele von euch sind mit der Deutschen Bahn hierher gereist. Ich denke, ihr seid also in der richtigen Stimmung, jetzt für etwas genauer über die Deutsche Bahn nachzudenken. Und es ist ja normalerweise üblich bei dem politischen Aschermittwoch, dass ein politischer Rundumschlag der letzten sechs Monate oder sowas gemacht wird. Aber wir sind bei den Piraten, wir machen das ein bisschen anders. Ich habe mir deswegen dezidiert ein Thema genommen und werde da ins Jahr 1994 sogar zurückgehen. Was gemeinhint länger ist, als die Spanne, die ein deutscher Berufspolitiker normalerweise überbrückt. Und ich werde heute auch nicht darüber reden, dass die Bahn immer zu spät kommt oder dass ein ungenannter Bundesvorsitzender aufgrund der Bahn zu spät gekommen ist. Ich werde darüber reden, dass die deutsche Politik in ihrer unendlichen Weisheit beschlossen hat, die Deutsche Bahn zu privatisieren. Es geht darum, wie mit unseren Ressourcen umgegangen wird, von denen wir alle abhängen. Aber ich denke, dazu werden wir noch kommen. Und vor allem habe ich die Deutsche Bahn gewählt, weil, sagen wir es mal so, ich liege ein bisschen im Streit mit der Deutschen Bahn, aber es ist ein wunderbares Beispiel für das Elend, das politische Elend, in dem wir uns befinden. Vielleicht beginnen wir mal mit einer regionalen Zahl, und zwar der Strecke Nürnberg-Ingolstadt-München. Die ist ja gleich hier um die Ecke. Sie wurde ausgebaut, um mit einem Hochgeschwindigkeitszug befahren zu werden. Und dafür wurde die Kleinigkeit von zwei Milliarden Euro veranschlagt. Okay, in Zeiten von Währungsfonds und sowas klingt das wenig, aber ich kann euch sagen, zwei Milliarden Euro ist eine ziemliche Menge Geld. Und naja, es ist geringfügig teurer geworden. Es sind 3,6 Milliarden Euro mittlerweile. Na gut, man kann sich kalkulieren. Dieses Geld wurde übrigens vom Verkehrsministerium ausgeschüttet, ohne eine parlamentarische Rückfrage zu stellen. Also das heißt, ohne parlamentarische Kontrolle. Aber das sind solche Details, über die können wir jetzt gar nicht reden. Und ich denke, bei diesen 3,6 Milliarden Euro kann man ja sagen, aus Fehlern lernt man. Richtig, denn auf der Strecke Frankfurt-Main-Köln wurde ebenfalls, damit man ein paar Minuten schneller ankommt, 6,4 Milliarden Euro ausgegeben. Davon vier vom Bund. Vier von. Vier Milliarden Euro von Steuerzahler für eine einzige Strecke. Vier Milliarden Euro, die wir alle bezahlen müssen. Als Steuerzahler und natürlich auch als Bahnkunde. Und diese Hauptkosten berappen immer wir. Und für die Prestigestrecke Hannover-Würzburg. Und vielleicht mag mir das irgendwie erlaubt sein, diese kurze Zwischenbemerkung. Es sind verdächtig oft bayerische Städte involviert. Auf der Strecke Hannover-Würzburg kostet der Kilometer, pro Kilometer, 50 Millionen Euro ausgeben. Pro Kilometer. Und mein persönlicher Liebling, Nürnberg, wie Bayern, Nürnberg-Erfurt. Hier soll es zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke kommen. Für schlappe 5,1 Milliarden Euro. Die Strecke ist zum Teil schon gebaut und freut sich seine Existenz. Und es wird bei der Bahn geschätzt, dass sie 2041 dann befahren werden kann. Moment, Moment, bevor ich euch jetzt darüber lustig mache. Es wurde jetzt von der EU Geld nachgeschoben, deswegen kommt es ein bisschen früher. Wir haben also eine Strecke mit Brücken, die verfallen sein werden, bevor ein einziger Zug über sie fahren konnte. Und vielleicht zu nebenbei, es wurden 60 Milliarden Euro im Rahmen der Bahnprivatisierung zusätzlich ausgeben, zusätzlich, um die Privatisierung durchzuführen. Also man hat 60 Milliarden Euro mehr ausgegeben, damit man aufräumt, bevor man die Bude verhökern kann. Naja, es hat sich dahingehend gelohnt, das ist auch eine interessante Zahl, denn die Passagierzahlen haben sich da erfreulich entwickelt. Sie sind um 20 Prozent zurückgegangen. Und ein paar Leute haben sich mal zusammengesetzt und sechs solcher Mammutprojekte mal durchgerechnet. Für sechs solcher Projekte, da waren schon ein paar bei, die ich eben schon genannt habe, wurden, jetzt muss ich kurz gucken, 11,4 Milliarden Euro angesetzt. Für ähnliche, kostengünstigere Alternativen mit gewissen Umgehungen, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wurde geschätzt, dass man das auch für 5,7 Milliarden Euro machen könnte. Ja, nun mittlerweile belaufen sich die Kosten auf 20 Milliarden Euro. Und nun mal so als Vergleich, das Bildungsministerium, also das Ministerium für Bildung im Bund, hat wie viel? Hat 10 Milliarden Euro. Das bedeutet, 1,5 Mal so viel, wie das Bildungsministerium überhaupt hat für Bildung, wird für sinnlose Mammprojekte ausgegeben. Das sollte uns dringend dazu raten, dass wir unsere Prioritäten in der deutschen Politik zu diesem Elend deutlich überdenken sollten. Und für die Bildung der kommenden Generation, von der wir alle abhängen, alles was wir tun werden, hängt davon ab, ist kein Geld da. Ganz anders natürlich beim ICE. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, früher gab es ein Produkt namens Interregio. Damit sind die Leute glücklich und zufrieden rumgefahren, so ungefähr 100 Kilometer im Schnitt und waren, wie gesagt, glücklich und zufrieden. Der Interregio hatte 62 Millionen Fahrgäste, der Intercity 23 Millionen. Das ist viel weniger, das war Mitte der 90er. Die Menschen haben natürlich gewusst, was sie wollten, die Bahn wusste es besser. Also hat sich die Bahn dazu angeschickt, die Fahrstellenautomaten so zu programmieren, dass man nur noch ICE-Strecken bekommen hat. Bis 2006 ist dann der Interregio gestorben und eingestellt worden. Und wir haben jetzt einen wunderbar nicht rentablen Intercity. Er ist bis heute nicht rentabel. Und was tun also unsere klugen Finanzexperten? Sie pressen die Regionalbahn und die lokalen S-Bahnen aus. Vielleicht als Beispiel. Die Berliner S-Bahn hat 2009 100 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das heißt, eine Rendite von 16,2%. Das Investitionsvolumen war 3 Millionen Euro. Und wie es in der Berliner S-Bahn aussieht, muss ich euch ja nicht sagen. Es ist eine Bahn, das ist diese Bahn, von der ich rede und ich bin ein Fan der Bahn, die seit 1994 verhökert werden sollen. Es sind 62.000 Kilometer Strecke. 5.000 Lokomotiven, 11.000 Triebwagen für 160.000 Waggons. Alles in allem wird die Eisenbahnsparte der Deutschen Bahn auf ca. 150 Milliarden Euro geschätzt. Eher mehr. Also ich würde von viel mehr ausgehen. Davon sollen jetzt 25% verkauft werden. Gott sei Dank wurde das gestoppt. Und dieses 25% von einem Volumen von ungefähr 150 Milliarden Euro sollte verkauft werden für 4 bis 8 Milliarden Euro. Das bedeutet, hier wurden über 20 Milliarden Euro verschenkt. Ich wiederhole, das ist doppelt so viel, wie der Bund überhaupt für Bildung ausgeben kann. Und hier wird etwas verschenkt, was sie in sechs Generationen aufgebaut haben. Ein Wert, der uns allen gehört. Und nun mal so als Beispiel, also vielleicht so ein kleines Beispiel für die Verkehrsexperten, die zuhören. Neuseeland hat seine Staatsbahn verkauft, Mitte der 90er, für 200 Millionen Euro. Das ist natürlich deutlich kleiner. Hat super geklappt, musste 2008 zurückgekauft werden für 335 Millionen Euro, damit die Leute überhaupt noch zur Arbeit kommen könnten. Na gut, ich könnte sagen, hätte man vorher wissen können, auch bei der Deutschen Bahn kann man das sagen. Sehen die Experten natürlich anders. Aber ich bin natürlich auch nur ein Bürger und kein Verkehrsexperte. Und deswegen ist es so, dass man in der Realpolitik natürlich die höchste Kompetenz dann erwirbt, erst wenn man 20 Jahre in einem Ministerium sitzt. Und der Bürger sollte dann natürlich nicht mitreden. So geht es übrigens drei Viertel aller deutschen Bürger. Sie lehnen die Privatisierung ab. Das ist den Regierenden natürlich egal. Übrigens geht es auch den Bahnmitarbeitern so. So, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema, auf das viele gewartet haben. Die Bahnmitarbeiter finden das auch scheiße. Und sie reden darüber. Und was macht man, wenn Menschen einen kritisieren und darüber reden? Richtig, man liest ihre E-Mails. Das hat die Deutsche Bahn dann gemacht. Und hier merkt man deutlich die Verquickung von Politik und Bahnführung. Denn hier werden auf ähnliche Probleme ähnliche Lösungen generiert. Und wenn ich aber, ich werde jetzt nicht auf die Datenschutzskandale der Bahn eingehen, dafür reicht meine Zeit leider nicht, aber ihr seid versichert, das politische Elend hat da Hochkonjunktur. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung am Rande. Das politische Elend, über das ich rede, hört damit nicht auf. Es gibt mannigfaltig weitere Verfehlungen. Ich rede nicht darüber, dass, wie gesagt, die Bahn ihre Mitarbeiter überwacht. Ich rede über Stuttgart 21. Vielleicht im letzten Jahr auch ein wichtiges Thema. Ich betrachte es als Zeichen einer marodendemokratischen Auffassung, wenn man ein Bahnhofsprojekt, wir reden hier von einem Bahnhof, mit Wasserwerfern und Hundertschaften von Polizisten durchsetzen muss. Wir reden von einem Bahnhof. Und es geht aber bei diesem Bahnhof natürlich nicht nur um diesen Bahnhof. Also ich war in Stuttgart, schön ist der wirklich nicht. Aber das ist nicht das Thema. Es geht darum, dass die Leute mitreden wollen. Und in den gefühlten 500 Jahren, die die CDU jetzt regiert hat im schönen Bundesland Baden-Württemberg, war den Leuten Stuttgart 21 als Mitbestimmung so wichtig, dass sie dafür den Mappus haben abgewählt. Das halte ich natürlich für die richtige Maßnahme, aber dann haben sie die Grünen gewählt. Und wenn ich es vielleicht so sagen kann, ich habe Freunde im schönen Baden-Württemberg und ich hege eine tiefe Sympathie für die Schwaben, und die Badener, aber im Ernst, die grünen Hippies in der Regierung, also das sollten wir uns vielleicht wirklich da nochmal genauer überlegen. Aber ich betrachte das ehrlich gesagt als einen Vorteil für uns. Ich betrachte es als Möglichkeit für uns zu starten, denn ich betrachte die Grünen ähnlich wie Merkel. Der beste Plan, um sie loszuwerden, ist sie reden zu lassen. Und das Problem löst sich von ganz alleine. Die Grünen versuchen das jetzt tatsächlich mit der Basisdemokratie und mit der Mitbestimmung. Und jetzt fällt denen auf, auch das hätte ich denen vorher sagen können, jetzt fällt denen tatsächlich auf, dass man, wenn man eine Volksbefragung macht, die Bürger mal was anderes sagen können, als was man selbst will. Und darüber stolpern die Grünen jetzt. Ah, Dankeschön. Das hätte man auch vorher wissen können. Aber ich will auch hier weiter nicht ins Detail gehen, denn seid euch versichert, die Liste der Verfehlungen ist noch deutlich länger. Und seid euch versichert, es geht ja nicht nur um die Deutsche Bahn. Es geht um viel mehr. Es geht darum, wie mit unseren Ressourcen umgegangen wird, von denen wir alle abhängen. Es geht um Müllabfuhr, es geht um Telekommunikation, es geht um Krankenhäuser, es geht um Glasfaserkabel, die unterlegen liegen. Und ja, sogar die Autobahn. Der Tiefensee wollte die Autobahn verkaufen, als Möglichkeit, das irgendwie zu refinanzieren. Und es geht um Kindergärten, es geht um Schulen, es geht um unsere Bildung. Und genau mit diesen Ressourcen, auf die müssen wir aufpassen. Und es ist ein Elend, dass diese Ressourcen verhökert werden. Es wird verspielt für einen kurzfristigen politischen Erfolg. Es wird verspielt für einen kurzfristigen Profit. Und es wird verspielt mit einer unglaublichen Inkompetenz. Und das ist das politische Elend, in dem wir uns gerade befinden. Und es ist eine lange Geschichte und eine ungerechte Geschichte. Und leider ist es auch eine sehr traurige Geschichte. Und es macht mich wahnsinnig. Und das ist vielleicht der Knackpunkt an dieser Rede. Es macht mich wahnsinnig, dass ich mir von diesen Gestalten fehlende Erfahrung vorwerfen lassen muss. Wenn fehlende Erfahrung wirklich bedeutet, dass man so einen Unsinn verzapft, und wenn es wirklich bedeutet, dass man die Gesetze am Bürger vorbeimacht, und wenn es bedeutet, dass man sich vergreift an dem Kern unserer Gesellschaft, dann bin ich stolz zu sagen, dass ich kein Berufspolitiker bin. Das ist eine wirklich sehr merkwürdige Tradition, die ihr habt mit dem Bier. Und ich bin stolz, dass ich mit den Piraten am Stand stehe, und ich bin stolz, dass ich mit euch hier sein kann. Und ich bin stolz, dass wir ihnen gerade die Hölle heiß machen. Sie haben Schiss vor uns. Das gefällt mir. Und ich werde mir von niemandem fehlende Erfahrung vorwerfen lassen, der Brücken für Milliarden hinstellt, die kein Mensch braucht. Und ich werde mir nicht von einer Clique von Berufspolitikern vorwerfen lassen, dass ich keine Erfahrung habe. Und vor allem in dem Zusammenhang, dass die Milliarden hier verknallt werden. Und ich werde mir nicht vorwerfen lassen, fehlende Erfahrung zu haben, wenn wir dabei zusehen müssen, wie gerade unsere Zukunft verkauft wird. Und deswegen kann ich mit Stolz sagen, ich war dabei, als Arschtritte verteilt wurden. Und ich weiß, also wahrscheinlich bin ich schon etwas über der Zeit. Deswegen möchte ich vielleicht mit einem sehr, sehr oft zitierten Punkt enden. Ich werde ihn aber für mich vereinnahmen. Man soll niemals Boshaftigkeit unterstellen, wenn Dummheit eine gute Erklärung bietet. Aber bei kriminell dumm hört der Spaß irgendwann auf. Und ich hoffe, dass wir 2013 damit dann wirklich Schluss machen können. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.